Die Coronavirus-Pandemie stellt uns vor viele neue Herausforderungen. Um dieses Virus zu besiegen, brauchen wir einen Impfstoff, bessere Behandlungsmethoden und breit angelegte Tests. Und dafür benötigen wir gute Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben bereits eine Fülle von Erkenntnissen über das neue Coronavirus gewonnen. Aber kein Forscher, keine Forscherin, Labor oder Land wird die Lösung auf die Schnelle allein finden. Und deshalb wollen wir den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen helfen, auf Daten der Kolleginnen und Kollegen zuzugreifen und eigene mit anderen zu teilen, über Fachdisziplinen, Gesundheitssysteme und über Grenzen hinweg. Dafür starten wir heute die EU-Datenplattform Covid-19. Dank dieser Datenbank werden Forscherinnen und Forscher in der Lage sein, viel neues Wissen über das Coronavirus zentral zu speichern, auszutauschen und zu analysieren, von Erkenntnissen auf dem Feld der Genetik bis hin zur Mikroskopie oder klinischen Daten. Wir erwarten, dass Expertinnen und Experten rund um den Globus innerhalb weniger Tage Tausende von DNA-Sequenzen und Zehntausende von Fachartikeln hochladen. Die neue Datenplattform ist Teil der europäischen Open Science Cloud. Sie bietet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen geschützten Bereich, um fachgebietsübergreifend voneinander zu lernen. So hilft die europäische Cloud der Wissenschaft, noch in drängenden Forschungsfragen besser und schneller voranzukommen. Ich habe den allergrößten Respekt für all diejenigen, die ihre Tage und oft auch Nächte zum Wohle aller in Labors verbringen. Und ich möchte alle Forscherinnen und Forscher einladen, unser Angebot anzunehmen und die europäische Datenplattform ausgiebig für ihre Arbeit zu nutzen. Gemeinsam werden wir schneller Mittel und Wege finden, dieses Virus zu besiegen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.